Liebe Grillfreunde, heute mit einem super spannenden Thema. Thema Holzkohlebriketts. Was benutze ich? Wofür? Wie stelle ich meinen Grill ein? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Viel Spaß bei dem Video. Kommen wir generell zum Thema Holzkohle. Holzkohle wird in einem aufwändigen Prozess hergestellt und gehört nach wie vor zu den beliebtesten Grillarten bei uns in Deutschland. Holzbriketts, die werden gepresst, meist mit einem Bindemittel noch dabei, einfach, damit das hier in dieser Eierform meistens ist. Und bei Holzkohle, das ist einfach schimmrig, bläulich, leicht, hört sich gut an, grobe Stücke, wichtig. Holzkohle wird deutlich heißer, brennt schneller runter. Briketts für Longjob sehr, sehr gut geeignet. Und was das bedeutet, erzähle ich euch jetzt. Wir werden jetzt gemeinsam einen Minin-Ring legen. Bitte was? Minin-Ring? Genau richtig, so heißt das. Und zwar werden wir eine Schnecke quasi legen, damit wir bei 105, 110 Grad entspannt unser Brisket, Pulled Pork oder Spare Roops grillen können. Worauf zu achten ist, zeige ich euch jetzt. Wir legen jetzt die Briketts so aneinander in den Grill rein. Ungefähr drei Viertel lang. Und das ist jetzt einfach nur eine Fleißarbeit. So sieht ein perfekter Minin-Ring aus. Jetzt können wir fünf, sechs Briketts in so einem Kaminanzünder und mit solchen Baumwollmoppets hier einfach durchglühend anzünden. Dann legen wir die hier vorne mit rein. Und jetzt können die Briketts nacheinander durchglühend so, dass wir 105, 110 Grad einfach über einen sehr langen Zeitraum, 18 Stunden ungefähr, halten können. Macht euch ruhig den Minin-Ring soweit voll, denn die Briketts, die nicht durchglühen, die können wir logischerweise beim nächsten Mal wiederverwenden. Anstatt, dass man irgendwie während des Grillprozesses dazwischen das ganze Rost rausnehmen muss, man verliert wieder Hitze und muss dann nachlegen. Das bringt uns gar nichts. Also gerne volllegen und das, was übrig bleibt, können wir beim nächsten Mal wiederverwenden. Kommen wir bei diesem Prozess zum Smoken und zum Räuchern. Hier habe ich ein paar Chunks, große Holzstücke. Die werfe ich am Anfang direkt mit rein, dass das schön mit durchglühen kann, denn Fleisch nimmt die ersten anderthalb, zwei Stunden den Smoke, die Raucharomen auf und danach nicht mehr. Das heißt, es bringt uns nichts, das irgendwie hinterher zu machen. Von daher schön mit nach vorne hinlegen, dass das ruhe Fleisch quasi den Smoke mit annehmen kann. Jetzt ganz, ganz wichtig, wie stelle ich meinen Grill ein? Bei einem Holzkohlegrill ist es so, dass wir hier mit einem Kamin-Effekt arbeiten. Ich habe unten eine Öffnung und ich habe oben eine Öffnung. Je mehr Aufsatz ist, desto mehr Bläst es durch, desto höhere Temperaturen kann ich erreichen. Bei diesem Prozess möchte ich das natürlich nicht. Das heißt, ich stelle unten die Flügelschraube sehr klein ein, genauso wie hier oben am Deckel. Einfach maximal ein Viertel, dass ich hier einen leichten Durchzug einfach habe und der nicht so rumballert. Jetzt auch noch eine sehr entscheidende und wichtige Sache. Dafür muss ich den Deckel nämlich einmal abmachen und in die richtige Position bringen. Denn ich möchte immer entgegengesetzt von meiner Glut den Deckel haben, dass ich eine schöne Zirkulation habe. Ist die Öffnung vorne bei den Briketts, zieht der mir wieder zu viel Luft. An der Stelle wird zu heiß und ich kann den Grill nicht mehr sauber regulieren. Wichtig hierzu zu sagen ist, dass wir jetzt nicht jede halbe Stunde irgendwie hier drei Zentimeter den Deckel verschieben müssen. Das ist Quatsch, das ist albern. Einfach alle drei, vier Stunden mal irgendwie in Viertel den Deckel drehen. Da sind wir ungefähr auf Position, dann reicht das vollkommen aus. Von mir ein kleiner Tipp, wenn ihr ganz klassisch auf Holzkohle grillen möchtet, macht mit der Holzkohle hier den Grill an, mischt ein paar Briketts dazu und dann habt ihr den ganzen Grillabend einfach eure Ruhe. Kommen wir zum Anzünden eines Holzkohlegrills. Es gibt immer einige Spezialisten, die irgendwie mit Ethanol die Holzkohle tränken, anzünden. Dann pufft es einmal auf irgendwie, man hat das Gefühl, es passiert dann doch nichts. Dann jagt man da noch eine Flasche drauf, dann ist nichts. Das wollen wir nicht haben, das ist einfach schädlich. Genauso wie diese weißen Brühwürfel-Anzünder, auch die bitte einfach weglassen. Nehmt euch hier so Bio-Anzünder, nehmt euch einen Anzündkamin, haut ein paar Briketts rein, es glüht schön durch, halbe, dreiviertel Stunde, dann können wir das in unseren Grill reinschmeißen, Holzkohle drauf und dann einfach ganz entspannt losgrillen. Das war das zu dem Thema Minion Ring Holzkohlegrill. Wir haben über die Chunks gesprochen, das Smoken bzw. Räuchern im Holzkohlegrill. Kommen wir jetzt ganz, ganz kurz zum Gasgrill. Wie kann ich da ein bisschen smoken? Ganz einfach, man nimmt hier eine Räucherbox, auch die haben wir in unterschiedlichen Formen einfach da. Entweder formbar als solches für das Flammenblech oder schon fertig gewählt für passende Flammenbleche. Ich mache einfach die Klappen auf, haue hier dreiviertel Chips rein. Die sind deutlich feiner als die Chunks. Wir sehen es, können wir wässern oder nicht? Dann lege ich es einfach auf das Flammenblech, mache den Grill an und bekomme leichte Smoke-Nuancen an die Produkte. Das waren ein paar knackige Tipps von mir an euch, wo das Thema Holzkohle und Briketts einfach mal im Vordergrund gestanden hat. Thema Anzünden hatten wir, wie stelle ich meinen Grill ein, hatten wir. Smoken, Räuchern haben wir angesprochen. Von daher viel, viel Spaß beim Nachgrillen auf jeden Fall oder die Tipps umsetzen viel, viel mehr. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst Bescheid, klickt da, teilt, rastet aus, kommentiert. Wenn ihr Fragen habt, ruft uns an, schreibt eine E-Mail oder noch schöner, kommt persönlich vorbei. Wir freuen uns sehr auf euch. Ich bin raus, euer Benni. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video und konntet ein paar wichtige nochmal neu. Das war...